Ernte frisch Tomatenpflanzen ist hier nur Familientradition, die beste Garantie für höchste Qualität. Sorgfältig werden Tomaten abgelesen, wenn sie die richtige Reife haben. Tomaten werden nach den strengen Qualitätsvorschriften von Koop kontrolliert und verlesen, auf Bürste schonend gereinigt. Dann werden sie vorhanden sorgfältig verpackt. Gerade richtig zum Verkauf in ihrem Koopladen. Sie sehen, erntefrische Qualität bei Koop bedeutet viel Leistung, Erfahrung und Schnelligkeit. Denn auch bei der Tomaten gilt. Heute geerntet und morgen in ihrem Koopladen. Schweizer Tomaten voll Sonne und Vitamin bei Koop zur günstigsten Tagespreise. Das Ferienangebot im Koop-Restaurant. Sole Sombra. Das ist 3 Deziliter Coca-Cola mit einer Kugel Zitronensorbe für nur 2,80. Das nostalgische Glas können Sie erst noch behalten. Und jetzt in ihrem Koopladen alle Koop-Jogurte im 180g Becher, 10 Rappen günstiger. Und alle Koop-Quark, 20 Rappen günstiger. Und bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Koop 1 Liter Seis-Pflanzenöl für 5,20. 1 Kilo Ofen-Maltine für 39. Und 1 Kilo Banago für 6,90. Und nur morgen, über morgen und am Samstag 2 mal 1 Liter Happy-Day-Orangen-Saft statt 2,40, nur 81. Und 2 mal 1 Liter Happy-Day-Gräb-Friensaft statt 2,80, nur 2,20. 1 Kilo Bananen für nur 1,50. Auf Wiedersehen!